In welcher Klasse bist du? Kürchen. Ich lerne in der achten Klasse. Sekiz. Ich habe die zehnte Klasse bestanden. Ich werde in zwei Jahren mit der ersten Klasse beginnen. Iki sene sonra birinci Sınıfa başlayacağım. Wie viele Personen sind in ihrer Klasse? Sınıfınızda kaç kişi var? In meiner Klasse sind 23 Leute. Sınıfımda yirmi üç kişi var. Früher waren in meiner Klasse 30 Leute. Sınıfımda eskiden otuz kişi vardı. Kann ich zwei davon kaufen? Bundan iki tane alabilir miyim? Ja, du kannst. Evet, alabilirsiniz. Nein, ein letzter ist noch übrig. Hayır, son bir tane kaldı. Komst du gleich? Hemen geliyormuşsun. Ich muss zuerst in der Schule vorbeischauen. Önce okula uğramam lazım. Nein, ich werde nicht kommen. Hayır, gelmeyeceğim. Was ist passiert? Ne oldu? Ich bin fast gefallen. Nere deyse du şey jektim. Eigentlich gibt es nichts. Aslında bir şey yok. Willst du dieses Mädchen heiraten? Bu kız ile evlenmek istiyor musun? Ja, ich liebe in siehe. Evet, onu çok seviyorum. Ich bin nicht sicher. Ich weiß sehr wenig. Emin değilim. Daha çok az tanıyorum. Hast du Geschwister? Hiç kardeşin var mı? Ja, ich habe zwei Brüder und drei Schwestern. Evet, iki alkek. Hiç kardeşin var mı? Ich habe nur drei ältere Brüder. Sadece üç abim var. Ich habe keine Geschwister. Hiç kardeşim yok. Welche Zeit im Monat ist morgen? Yarın ayın kaçı? Morgen ist der 10. November. Yarın on kısım. Morgen ist der 23. Februar. Yarın yirmi üç Schubat. Wer hat recht? Kim Haklı? Soweit ich sehen kann, hat unser Geschichtslehrer recht. Gördüğüm kadarıyla Tarih öğretmenimiz Haklı. Es gibt niemanden, der recht hat. Haklı kim se yok. Wie ist er? Ona sıl biridir. Er ist ein fleißiger Mensch. Çalışkan biridir. Er ist ein fauler Mensch. Tembe'i biridir. Für wen bist du hierher gekommen? Kimin için buraya geldin. Ich kam wegen dir. Senin için geldim. Ich bin wegen meiner Kinder hierher gekommen. Çocuklarım için buraya geldim. Von welcher Firma sind Sie? Hangi Şirket için çalışıyorsun? Ich arbeite in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Bir Muhasebe firmasında çalışıyorum. Ich bin Frachtarbeiter in einem E-Commerce-Unternehmen. Bir Etijaret şirketinde kargo çalışanayım. Haben Sie dieses Buch schon einmal gelesen? Çocuklarım için daha önce okudunuz mu? Nein. Ich habe es noch nie gelesen. Hayır daha önce okumadım. Ich habe es vor fünf Jahren gelesen. Beşil önce okumuştum. Willst du mich heiraten? Benim ile evlenir misin? Ja, ich werde dich heiraten. Evet, seninle evlenirim. Es ist zu früh. Sollen wir noch etwas warten? Daha çok erken. Biraz bekleyelim mi? Was ist das Problem? Sorun nedir? Eigentlich gibt es kein Problem. Das Problem ist, dass uns die Ressourcen fehlen. Sorun keiner Keksimiz war. Wie gehst du zur Schule? Okula nasıl gidiyorsun? Ich fahre mit dem Taksi zur Schule. Okula Taksi ile gidiyorum. Manchmal fahre ich mit dem Bus zur Schule. Bazen otobüsle okula giderim. Könnten Sie dieses Tor erzielen? Bu golü sen atabilir miydin? Ja, ich habe letztes Jahr ein ähnliches Tor geschossen. Evet, geçen sene benzer bir gol atmıştım. Ich kann vielleicht nicht werfen, aber mein Bruder kann es. Ben atamayabilirim ama kardeşim atabilir. Wer kam nach deinem Vater nach Hause? Eve baban dan sonra kim geldi. Danach kam abi. Ondan sonra abi geldi. Mein Bruder kam gleich danach. Hemen sonra kardeşim geldi. Wer hat dieses Gemälde gemacht? Şu tabloyu kim yapte? Mein Großvater hat es vor 30 Jahren geschrieben. Dedem otuz yıl önce yazmış. Es wurde von einem sehr berühmten Maler angefertigt. Aber ich habe seinen Namen vergessen. Çok ünlü bir Ressam yapmış, fakat ismini unuttum. Können Sie die adresse der Post? Postanenin adresini biliyor musun? Ja, ich weiß. Evet, biliyorum. Nein, ich kenne diesen Ort nicht. Hayır, burayı bilmiyorum. Mit wem haben Sie an diesem Projekt zusammengearbeitet? Bu projede kiminle çalışmıştın? Ich habe schon früher mit Michael zusammengearbeitet. Daha önce Michael ile birlikte çalıştım. Ich habe bereits mit dem Datenbankteam zusammengearbeitet. Daha önce Database ekibiyle çalışmıştım. Haben Sie Matrix 1 schon einmal gesehen? Matrix 1 izledin mir daha önce. Ja, ich habe es zweimal gesehen. Evet, iki sefer izledim. Nein, ich habe es noch nie gesehen. Hayır, daha önce izlemedim. Wie ist Tommy? Tommy nasıl biridir? Tommy ist eine sehr freundliche Person. Tommy çok güler yüzlü biridir. Tommy ist ein sehr gesprechiger Mensch. Tommy çok konuşkan biridir. Was für ein Mann ist Michael? Michael nasıl bir adam? Soweit ich weiß, ist er ein netter Kerl. Tanıdığım kadarıyla iyi biri. Ich weiß nicht viel. Was machte Tommy in der Schule? Tommy okulda ne yapıyordu? Er spielte ball im garten. Bahçede top oynuyordu. Er lernte im unterricht. Sınıfta ders çalışıyordu. Präsident, haben Sie Fragen? Başka sorunuz var mı? Başka sorunuz var mı? Ich habe keine Fragen mehr. Başka sorum yok. Werden Sie fortfahren? Devame decek misiniz. Wie lange bist du schon mit Michael befreundet? Kaç sene den biri Michael ile arkadaşsınız? Wir haben uns vor fünf Jahren kennengelernt. Beş sene öncetanıştık. Wir haben uns erst gestern kennengelernt. Daha dün tanıştık. Wie lautet deine E-Mail-Adresse? E-Mail-Adresse niz nedir. Meine E-Mail-Adresse lautet teachinglangatemail.com Benim E-Mail-Adresse simteachlangatemail.com dir Müssen wir diese Schulung absolvieren? Bu eğitimi almak sorundamiz. Mein Vorgesetzter sagte, es sei eine Pflichtschulung. Müdürüm zorunlu bir eğitim olduğunu söyledi. Es scheint nicht notwendig zu sein. Aber es ist besser, wenn Sie mitmachen. Zorunlu görünmüyor. Ama katılırsan iyi olacaktır. Gibt es ein Buch im Fernsehen? Televizyonun üstünde kitab var mı? Nein, da ist nichts. Hayır, bir şey yok. Es gibt nur eine Fernbedienung. Sadece uzaktan kumanda var. Wie werden Sie diese Situation lösen? Bu durumu nasıl çözeceksin? Ich versuche zu lernen, wie ich diese Situation beheben kann. Bu durumu nasıl düzelteceğimi öğrenmeye çalışıyorum. Kann Ihr Team diesen Job machen? Ekibin bu işi yapabilir mi? Mein Team wird dies in kürzester Zeit abschließen. Ekibin bunun çok kısa sürede tamamlanır. Das müssen Sie nicht einmal fragen. Bunu sor mana bile gerek yok. Hast du für die Prüfung gelernt? Sınava çalıştın mı? Eigentlich habe ich studiert, aber andererseits gibt es viele Probleme. Çalıştım aslında ama diğer taraftan çok konu var. Ich habe es versucht, aber die Themen sind sehr problematisch. Çalıştım ama çok problemli konular. Wie ist das Wetter in Paris? Paris'te Hava nasıl? Das Wetter in Paris ist sehr kalt. Paris'te Havalar çok soğuk. Ich weiß im Moment nicht wie. Das Wetter in Paris ist sehr kalt. Wie ist das Wetter in Paris? Wird es Ihnen nach dieser Behandlung besser gehen? Bu tedaviden sonra daha iyi olacak mısın? Ja, mit den Medikamenten, die ich nehme, komme ich zurecht. Evet, kullandığım ilaçlarla iyi olacağım. Mein Arzt sagte, die Behandlung würde funktionieren. Doktorum, tedavinin işe yarayacağını söyledi. Hat dir der Film gefallen? Film me sevdin mi? Mir gefiel dieser Film nicht besonders. Bu film me çok sevdim. Ich habe diesen Film geliebt. Bu film me çok sevdim. Was ist das Problem? Problem nedir? Ich habe meinen Flug verpasst. Uçağımı kaçırdım. Ich habe mein Geld verloren. Paramı kaybettim. Was ist unsere Mision? Görevimiz nedir? Beende dieses Spiel schnell. Bu oyunu hızlıca bitirmek. Blockieren eingehender Spieler. Gelen oyuncuları engellemek. Warum hast du die Prüfung nicht bestanden? Neden sınavı geçemedin? Ich konnte nicht hart arbeiten. Çok çalışamadım. Ich habe es versucht, konnte es aber nicht. Çalıştım ama yapamadım. Ich habe es nicht zur Prüfung geschafft. Sınavı yetişemedim. Glaubst du, dieses Kleid steht mir? Sizce bu Elbise bana yakışır mı? Ich bin mir sicher, dass es ihnen sehr gut stehen wird. Sana çok yakışacağından eminim. Es lässt sie ein wenig übergewichtig aussehen. Bu sene biraz kilolu göstermiş. Was ist im Glas? Kavanozun içinde ne var? Es gibt Erdbeermarmelade. Çilek reçeli var. Im Glas ist honig. Kavanozda bal var. Wie viele Personen werden an diesem Treffen teilnehmen? Bu toplantıya kaç kişi katılacak? 20 Personen werden teilnehmen. 20 kişi katılacak? Es werden nur du und ich sein. Sade cesen ve ben olacağız. Bu filmi daha önce izledin mi? Bu filmi daha önce izledin mi? Bu filmi daha önce izledin mi? İst yemand im Raum? Oder da Kimse war mi? Es ist niemand im Raum. Oder da Kimse yok. Es gibt drei Leute, die ich nicht kenne. Tanımadığım üç kişi var. Welche Spielzeuge mag ihr Sohn? Oğlun hangi oyuncakları sever? Er liebt Spielzeugautos. Oyuncak arabalarını çok sever. Er liebt Superhelden. Süper kahramanları seviyor. Welche art von Filmen magst du? Hangi tür filmleri seversin? Ich liebe Science Fiction Filme. Bilimkurgu filmlerini çok severim. Ich liebe Komödien. Komödi filmlerini çok seviyorum. Willst du essen? Yemek yemek istemişsin? Nicht jetzt. Ich werde es später essen. Ich bin sehr hungrig. Evet, karnım çok aç. Ich bin sehr hungrig. Ich bin sehr hungrig. Haben Sie den neuen Mitarbeiter kennengelernt? Ich habe bir toplantı oluşturdum. Ya, ich habe dich heute Morgen getroffen. Evet, sabah tanıştım. Kennen Sie die Personen, die an diesem Treffen teilnehmen werden? Bu toplantıya katılacak kişileri tanıyor musun? Nein, ich kenne niemanden. Hayır, kimseyi tanımıyorum. Ja, ich kenne sie alle. Ja, ich kenne sie alle. Wie ist der Fortschritt des Projekts? Projenin ilerleme durumu nedir? Das Projekt ist fast abgeschlossen. Proje neredeyse bitmek üzere. Wir machen Fortschritte. Aber wir brauchen noch vier Wochen. İlerliyoruz ama hala dört haftaya ihtiyacımız var. Welche Wörter hast du heute gelernt? Bugün hangi Kelimeleri öğrendin? Heute habe ich die Wörter, Fokus, und, Spezifisch, gelernt. Bugün odaklanma ve belirli Kelimelerini öğrendim. Ich habe heute kein neues Wort gelernt. Bugün yeni bir Kelime öğrendim. Haben Sie hier schon einmal ein Auto gekauft? Daha önce buradan araba aldın mı? Das hatte ich noch nie zuvor. Daha önce bundan almadım. Ich habe hier mein letztes Auto gekauft. Son arabamı buradan almıştım. Wann gehst du aus? Ne zaman dışarı çıkacaksın? Ich denke darüber nach, am nachmittag abzureisen. Öğleden sonra çıkmayı düşünüyorum. Ich werde nach der Arbeit gehen. Mesai sonrası çıkacağım. Kommst du zum Endspiel? Final maçına gidecek misin? Ich kann nicht gehen, weil ich kein Ticket habe. Biletim olmadığı için gidemeyeceğim. Wenn ich fertig bin, werde ich versuchen zu gehen. Wenn ich versuchаться, wieder'mgebe. Wenn ich fertig bin, werde ich versuchen zu gehen. Size başka bir şey getirebilir miyim? Nein, ich möchte nicht. Hayır, istemiyorum. Ja, kann ich etwas Tee haben? Evet, bir çay alabilir miyim? Ja, kann ich etwas Wasser haben? Evet, bir çay alabilir miyim? Was machst du heute? Bugün ne yapacaksın. Ich werde meine Mutter besuchen. Ein nemi ziyarete gideceğim. Ich werde studieren. Derst çalışacağım. Ich werde einkaufen gehen. Alışverişe gideceğim. Besitzen Sie diesen Teil des Autos? Arabanın bu parçasından elinizde var mı? Ich habe das nicht zur Hand. Elimde bundan yok. Wie viele wollen Sie? Kaç tane istiyorsunuz? Kenne Sie mich? Beni tanıyor musun? Ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Seni tanımıyorum. Jeder kennt dich. Herkes seni tanıyor. Ich kenne dich sehr gut. Seni çok iyi tanıyorum. Er ist dein Onkel gekommen? Amcan geldi mi? Wir haben bis zum Abend auf deinen Onkel gewartet. Aber er kam endlich. Amcan akşama kadar bekledik ama sonunda geldi. Er kam am Morgen. Sabah akşama kadar bekledik ama sonunda geldi. Werden Sie an diesem Wettbewerb teilnehmen? Bu yarışmaya katılacak mısın? Ja, ich werde teilnehmen. Evet, katılacağım. Nein, ich war schon einmal dabei. Hayır, daha önce katılmıştım. Was würden Sie zum Abend essen empfehlen? Akşam yemeği için ne önerirsiniz? Wir haben eine sehr berühmte Pizza. Çok bilinen bir Pizzamız var. Ich kann Fisch empfehlen. Balık öneririm. Er ist elimizin. Wirst du frühstücken? Kahvaltı yapacak mısın? Ich habe es vor einer Stunde gemacht. Bir saat önce yaptım. Nein, das werde ich nicht. Hayır yap mi, John. Du bist endlich angekommen. Warum bist du zu spät? Nihayet geldin. Neden geç kaldın? Ich musste bis zum Morgen arbeiten. Sabaha kadar çalışmak zorundaydım. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht zu spät. Çok geç kaldım. Hast du einen Cousin? Cousin'in var mı? Ya. Ich habe zwei Cousin's. Evet, iki Cousin'im var. Nein. Ich habe keine Cousin's. Hayır, hiç Cousin'im yok. Wer kam mit dem Flugzeug? Kimler geldi uçakla? Ich bin hier. Außerdem kamen zwei Kinder aus meiner Klasse. Ben geldim. Ayrıca Sınıfımdan iki çocuk geldi. Nur ich kam. Sadece ben geldim. Haben Sie Ihre Präsentation für morgen vorbereitet? Yarınki sunumu hazırladın mı? Ja. Ich habe es vorbereitet. Aber ich muss noch ein bisschen arbeiten. Evet, hazırladım. Ama biraz daha çalışmam gerekiyor. Ich habe noch die letzten zwei Seiten übrig. Dann bin ich fertig. Son iki sayfam kaldı, sonra bitirmiş olacağım. Wo planen Sie unseren Urlaub dieses Jahr? Ich denke darüber nach, es in Paris zu machen. Ich denke darüber nach, nach London zu gehen. Ich denke darüber nach, nach London zu gehen. Ich denke, wie man fährt? Ich denke, wie man fährt? Nein. Nein, ich weiß nicht, wie man fährt. Hayır, araba sürmeyi bilmiyorum. Kann ich das kaufen? Bunu satın alabilir miyim? Leider ist dieser bereits verkauft. Maalesef, bu daha önce satıldı. Kla, du kannst es haben. Tobi, Allah bilir sinis. Wie geht es dir? Nussil sen. Mir geht es gut. Iyim. Ich bin ein wenig krank. Biraz hastayım. Ich bin nicht sehr gut. Çok iyi değilim. Ich versuche zu heilen. İyilişmeye çalışıyorum. Ich bin nicht schlecht. Wie geht es dir? Fena değilim. Sen nasılsın? Was haben Sie heute vor? Bugün ne yapmayı planlıyorsun? Ich werde heute ein Piknik machen. Bugün Piknik yapacağım. Ich werde zur Schule gehen. Okula gideceğim. Wie hast du Englisch gelernt? İngilizceyi nasıl öğrendin? Ich habe es mir zu Hause selbst beigebracht. Evde kendim öğrendim. Ich habe es in England gelernt. İngiltere'de öğrendim. Ich habe aus Filmen gelernt. Filmlerden öğrendim. İngiltere'de öğrendim. Ich habe es von meiner Freundin gelernt. Sevgilim dan öğrendim. Mit wem gehen wir ins Kino? Sinemaya kimlar gideceğiz? Ich werde ins Kino kommen. Mein Bruder wird auch kommen. Sinemaya ben geleceğim. Ayrıca abim de gelecek. Ich werde ins Kino kommen. Aber mein Bruder wird nicht kommen. Sinemaya ben geleceğim. Ama abim gelmeyecek. Wie möchten Sie zahlen? Nasıl ödemek istersiniz? Sie müssen im Voraus bezahlen. Peşin ödemeniz gerekiyor. Sie können mit Kreditkarte bezahlen. Kreditkarte kullanarak ödeyebilirsiniz. Wie lautet der alte Name dieser Schule? Bu okulun eski adı nedir? Sein Name hat sich nie geändert. Er Name ist immer noch Atatürk Grundschule. Wer hat dir geholfen? Wer hat dir geholfen? Ich kann das tun, und ich kann das tun. Er selber machen. Er kann auch einen neuen Job machen. Bunu yaparım ayrıca yeni gelecek bir işi de yapabilirim. Es gibt zu viele Probleme. Es sieht so aus, als ob es nicht fertiggestellt wird. Çok fazla Problem war, tamamlanmayacak gibi. Welches ist das beste Café in dieser Stadt? Bu şehirdeki en iyi Café neresi? Das Café Lisa in Taksim ist sehr gut. Taksimdeki Café Lisa çok iyidir. Hier in meiner Straße gibt es ein sehr gutes Café. Burada benim sokağımda çok iyi bir Café var. Das ist die Schöchtern'e einheit. Dördeşin utangaç birimidir. Ja, er ist sehr Schöchtern. Evet, çok utangaçtır. Nein, er ist sehr Schamlos. Hayır, çok utangmazdır. Was sollen wir morgen tun? Yırın ne yapalım. Wir sollten unbedingt zum Spiel kommen. Küsinlikle Mötü gönn meliyiz. Wir sollten unbedingt zur Party gehen. Küsinlikle Parti git meliyiz. Gibt es weitere Probleme, die überprüft werden müssen? Kontrol edilmesi gereken başka konu var mıdır? Die Datenbank verbindung sollte überprüft werden. Database bağlantısı kontrol edilmeli. Server müssen überprüft werden. Serverlerin kontrol edilmesi gerekiyor. Ich kann heute nicht an der Sitzung teilnehmen. Hast du irgendetwas zu sagen? Bugün toplantıya katılamayacağım. Söyleyeceğin bir şey var mı? Warum machst du nicht mit? Neden katılmıyorsun? Feil. Danke für die Information. Ok. Bilgi için teşekkürler. Wohin gehst du morgen? Yırın nereye gidiyorsun? Ich fahre nach Mailand. Milana gidiyorum. Ich werde nach Hause gehen. Ewe gideceğim. Ich werde zur Schule gehen. Okula gideceğim. Wann beginnt ihre neue Stelle? Yeni göreviniz ne zaman başlayacak? Ich denke, ich fange nächste Woche an. Sanırım haftaya başlayacağım. Sieht so aus, als ob es in zwei Wochen soweit sein wird. İki hafta sonra olacak gibi görünüyor. Wie seh ich aus? Nasıl görünüyorum? Du siehst nicht so gut aus. Çok iyi görünmüyorsun. Du siehst sehr schön aus. Çok güzel görünüyorsun. Wann beginnen wir mit dem Treffen? Toplantir ne zaman başlayırız. Wir beginnen in 30 Minuten. Otuz dakika sonra başlayırız. Das Treffen wurde abgesagt. Toplantı ıptal oldu. Ist die Gewährung einer Zulage möglich? Ödenek çıkarmak mümkün mü? Sie wissen, dass die wirtschaftliche Situation etwas schwierig ist. Ökonomik durumları, biliyorsun, biraz zor. Wie viel brauchen Sie? Ne kadar lazım sana? Müssen Sie diesen Job machen? Bu işi yapman gerekiyor mu? Dieses Thema ist Teil meines Jobs. Bu konu işimin bir parçası. Ökonomik durumları, İç. Ich habe nicht vor, es zu tun. Jaap mı il düşünüyorum? Wann hat der Lehrer diese Hausaufgabe gegeben? Öretmen ne zaman bu evo-dewi ne werde. Er hat seine Mathe-Hausaufgabe vor drei Tagen abgegeben. Üç gün önce Mathematik ödevi ne werde. Er hat immer noch keine Hausaufgaben gemacht. Hala bi ödevi ne werde. Das ist ein unglaubliches Auto. Zu wem von euch gehört? Bu inanılmaz bir Araba. Hanginize ait? Ich glaube, der Besitzer ist ausgegangen. Sanırım sahibi dışarıya çıktı. Warum fragst du? Neden soruyorsun? Können wir ein günstigeres Fahrzeug finden? Daha ucuzabi araç bulabilir mis? Wir können nichts günstigeres finden. Daha ucuzunu bulamayız. Ich habe meinen Freund angerufen. Ich warte auf einen Preis. Arkadaşımı aradım, bir fiat bekliyorum. Haben Sie Vorschläge? Öneriniz varmıdır. Wir sollten sofort zur Sache kommen. Wir sollten sofort zur Sache kommen. Und wenn Sie? Ja, ich werde kommen. Evet geleceğim. Ich werde kommen. Und mein Bruder wird auch kommen. Ben geleceğim. Wie war das Konzert gestern Abend? Dün akşam konser nasıl geçti? Das Konzert çok iyi geçti. Das gestrige Konzert wurde abgesagt. Dün konzert ıptal oldu. Haben Sie schon einmal ein Auto gekauft? Daha önce araba almış mıydın? Obwohl ich Geld habe, kaufe ich kein Auto. Param olmasına rağmen Araba almam. Ich möchte kein Auto kaufen. Araba almak istemiyorum. Wie spät ist es? Saat kaç? 16.00 Uhr Saat on altıncı Es ist 20.00 vor 10.00 Saat ona yirmi var. Haben Sie die Details des Projekts im Besprechungsraum besprochen? Toplantı Odası'nda projenin detaylarını tartıştınız mı? Ja, wir haben über alle wichtigen Punkte gesprochen. Evet, tüm ana hatları konuştuk. Evet, detayları konuşmak için bir toplantı daha ayarladık. Was haben Sie auf dem Markt gekauft? Marketten ne aldın? Ich habe nicht viel gekauft. Çok bir şey almadım. Ich habe gerade Frühstück gekauft. Sadece kahvaltılık aldım. Haben Sie Ihre Sicherheitssoftware aktualisiert? Güvenlik yazılımını güncelledin mi? Ja, ich habe es aktualisiert. Evet, güncelledim. Nein, ich habe es noch nicht aktualisiert. Hayır, henüz güncellemedim. Wie lange studieren Sie schon Physik? Ne zamandan beri Physik çalışıyorsun? Ich arbeite seit fünf Jahren. Beş yıldan beri çalışıyorum. Dieses Jahr ist mein viertes Jahr. Bu sene dördüncü yılım.